Wie empfohlen, Tagesordnungspunkt 5, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 19.59, zweiter Neudruck, Einrichtung einer Enquete-Kommission zur Finanzierungsoption des öffentlichen Personenverkehrs in Nordrhein-Westfalen im Kontext des gesellschaftlichen und technischen Wandels. FINÖPV, öffentliche Aussprache und erteile für die Piratenfraktion das Wort, Herr Kollege Bayer. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zu Beginn ein Zitat. Entschuldigen Sie die Verspätung. Beschwerden bitte an. Marode Infrastruktur, Bundesverkehrsministerium, Berlin. Zitat Ende. Diese Worte stehen auf einem Bus und einer Straßenbahn in Essen. Vor einem Monat hatten wir eine Anhörung zu unserem entsprechenden Antrag vom Dezember hier im Landtag. Und alle Sachverständigen waren sich darin einig, dass die Bundesregierung die kritische Lage der Finanzierung des Erhalts der ÖPNV-Infrastruktur NRW und die finanzielle Lage unserer Kommunen nicht nur scheinbar völlig falsch einschätzt, sondern fahrlässig ignoriert. Die Lösung eines absolut dringenden Problems, welches nicht abstrakt ist, sondern tagtäglich Millionen Pendler in NRW direkt betrifft, wird in die nächste Legislaturperiode vertagt. Doch wenn wir es bei der Kritik an der Bundesregierung belassen, machen wir es hier zu einfach. Und wir erreichen auch nichts, wenn wir allgemeine Forderungen nach mehr Geld stellen oder immer wieder die katastrophale Lage einfach nur benennen. In den letzten Monaten haben außerparlamentarische Kommissionen viele Vorschläge zur Verkehrsfinanzierung gemacht. Lassen wir uns nun auf Basis dessen einen Schritt weitergehen. Welche Vorschläge lassen sich hier im Landtag in Handlungsempfehlungen überführen? Wo können und wo müssen wir hier im Landtag NRW aktiv werden und zum Beispiel die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen? Für Nachverkehrsabgaben, Fonds, meinetwegen auch ÖPP, Modellprojekte, Umstrukturierungen und auch Finanzierungsoptionen, an die wir gerade noch gar nicht denken. Lassen Sie uns auch bedenken, dass sich die Mobilität in NRW wandelt. Wir wollen Klimaschutzziele erreichen und eine langfristige Finanzierbarkeit sicherstellen. Und vor allem wollen wir den Pendlern den Weg zur Arbeit erleichtern. Wir haben auch neue technische Möglichkeiten durch Smartphones, Telematik und vielleicht gar nicht so weit entfernt auch autonomes Fahren. Und es gibt bereits jetzt neue Anbieter und neue Mobilitätskonzepte auf dem Mobilitätsmarkt, die noch vor wenigen Jahren niemand erwartet hätte. So wie der Kommunikationsmarkt Mitte der 90er in den Startlöchern stand, so steht der Mobilitätssektor heute vor neuen Chancen und Perspektiven, dass wir uns dazu jetzt das Startsignal geben, zusammen in und mit der Enquete. Es gibt also heute bereits neue Mobilitätskonzepte. Diese Entwicklungen betreffen direkt und durch die Integration in multimodale Konzepte den ÖPNV. Und der ÖPNV ist zugleich das Element, um das sich aufgrund der Daseinsfürsorge die Politik kümmern muss. Wir stellen daher den ÖPNV und den ÖPNV insgesamt in den Mittelpunkt einer Enquete-Kommission. Gleichzeitig lassen sich die Finanzierungsmodelle der Vergangenheit nicht einfach fortführen. Selbst wenn wir hier sicherlich sehr unterschiedlicher Meinung sind über die vergangenen und über die zukünftige Verkehrspolitik sehr unterschiedlich urteilen, dass der Instandhaltungsrückstau im Bereich des ÖPNV nicht einfach verschwindet, das dürfte uns allen klar sein. Wir brauchen also Finanzierungsideen für den ÖPNV in NRW und wir brauchen Analysen möglicher Szenarien und Zukunftsmodelle. Wir brauchen einen Transfer der bestehenden Erkenntnisse in die Politik. Wir brauchen eine politische Bewertung und müssen konkrete politische Handlungsempfehlungen daraus ableiten. Dabei müssen wir den gesellschaftlichen und technischen Wandel berücksichtigen. Wir werden erkennen, ob wir nur ein Umsetzungsproblem haben und dort einmal anpacken müssen oder ob wir nicht doch auch neue Erkenntnisse gewinnen können. Ich versichere Ihnen, dass wir sehr offen und transparent alle Möglichkeiten für den ÖPNV beleuchten und uns unbequem antworten, nicht verschließen werden. Wir werden die Zeit nutzen, gemeinsam konzentriert an dem Thema zu arbeiten und Ergebnisse zu erzielen, die für die Pendler und für alle Verkehrsteilnehmer in NRW langfristig langfristig einen echten Nutzen bringen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bayer. Für die SPD-Fraktion spricht der Kollege Löcker. Herr Präsident, meine Damen und Herren, hätten wir es mit einem Erkenntnisproblem zu tun, wie es um den ÖPNV in Nordrhein-Westfalen steht, so müssten wir allesamt heute die Einrichtung einer Enquetekommission kurz für den ÖPNV fordern und sie auch schnellstmöglich beschließen. Aber haben wir es in der Sache nicht vor allem mit Umsetzungsproblemen zu tun, frage ich. Ich darf daran erinnern, dass in den vergangenen Jahren gleich mehrere Kommissionen damit beschäftigt waren, auch die Zukunft des ÖPNV in all seinen Facetten auszuleuchten. Man könnte also sagen, wir wissen Bescheid, vielleicht auch umfänglich Bescheid, meine Damen und Herren. Nun kann man der Meinung sein wie die Piraten. Das ist noch nicht umfänglich genug. Es ist nicht ausreichend und es kämen sozusagen in den nächsten zwei Jahren, so die Zeitplanung dieser Kommission, tatsächlich zusätzliche neue spannende Erkenntnisse über den wahren Zustand des ÖPNVs in Nordrhein-Westfalen dazu. Ich will das nicht ausschließen, meine Damen und Herren. Das kann sein. Aber lohnt der zu planende Arbeitsaufwand? Die Frage muss man sich ja stellen, wirklich. Und steht ja im Verhältnis zu den erwartenden neuen Kenntnis gewinnen? Ich denke, diese Frage ist erlaubt. Wir meinen, nein, meine Damen und Herren. Nun, meine Damen und Herren von den Piraten, es ist ja gutes Recht, die Kommission einzufordern. Und wir wollen uns auch grundsätzlich nicht dagegenstellen. Wissen wir doch schon heute, worum es in den zwei Jahren insbesondere aus Ihrer Sicht gehen soll, nämlich darum, endlich Ihrem Ziel, dem ticketlosen Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen etwas näher zu kommen. Und ich gebe ja auch gerne zu, mich hat auch in den letzten 25 Jahren meiner Beschäftigung in diesem Bereich die eine oder andere Frage umgetrieben. Vor allen Dingen hat mich immer gestört, wieso ist eigentlich die Deutsche Bahn immer Gewinnerin der Finanzaufteilung im ÖPNV. Das war immer eine spannende Frage. Und ja, wenn man sich da etwas näher mit beschäftigt, meine Damen und Herren, dann kommt schnell und ziemlich klar auch heraus, warum das eigentlich so ist. Es gibt ja einen Aufteilungsmechanismus. Und wenn man aus dem nördlichen Ruhrgebiet ins mittlere Ruhrgebiet fährt, dann fährt man eben durch viele Tarifgebiete und Waben. Und was dann da kontrolliert wird auf der Fahrt dahin von entsprechenden Leuten, ist mir klar geworden. Es geht ja sozusagen darum, steigt man sozusagen in meiner Heimatstadt Herthen ein, insbesondere darum, herauszufinden, wie viel fährt man sozusagen im eigenen Bedienungsgebiet, wo man die Karten gekauft hat. Und wie viele Kilometer ist man eigentlich in anderen Städten unterwegs. Und haben die Städte nämlich in Anspruch auch auf die entsprechenden Einnahmen. Und insofern kann man sich sicher in der Enquetekommission mal mit dem Thema beschäftigen, eine ganz besondere Form der Finanzierungsrechnung im ÖPNV etwas deutlicher zu beleuchten. Es gibt ja die sogenannte Übersteiger-Ausgleichsrechnung, meine Damen und Herren. Diese Überschrift sollte man sich merken. Die ist nämlich der Verteilungsmechanismus der Städte in Nordrhein-Westfalen, wenn es darum geht, Nutzerquoten festzulegen und eben auch den Finanzausgleich nicht nur zwischen den Unternehmen, sondern auch mit der Deutschen Bahn zu organisieren. Und da, denke ich, lohnt es sich auf jeden Fall hinzugucken. Und wenn man das macht, also durch das Ruhrgebiet fährt, durch die unterschiedlichen Tarifgebiete, ja, dann braucht man eben auch in den Unternehmen große Controlling-Abteilungen, die überhaupt in der Lage sind, mit dieser Rechnung etwas anzufangen und am Ende dafür zu sorgen, auch plausible Haushalte für die eigenen Unternehmen aufzustellen, weil das am Ende eben so ist, dass man nicht benachteiligt werden will, aber eben ein Jahr vorher nicht weiß, was man im nächsten Jahr für Millionen rüberschieben muss, zur Deutschen Bahn oder wo auch immer, weil da gerade zufällig Menschen unterwegs gewesen sind. Ich sage das so pointiert, weil klar ist, dass das einer der wesentlichen Fragen sein muss, will man sozusagen sich dem Ziel nähern, einen ticketlosen ÖPNV zu ermöglichen. Dann muss man über die Frage ziemlich eindeutig sprechen. Denn es ist eben so, wohnt man in einer Stadt mit hohen Auspendlerquoten, also mit Menschen, die zu überwiegender Zahl sozusagen woanders hin zur Arbeit fahren, hat aber selber nur kleine Einpendlerquoten, also Menschen aus anderen Gegenden, die zu der Stadt fahren, wo man selber wohnt, dann hat das eben direkte Auswirkungen auch auf die Transportleistung der Unternehmen. Einerseits muss man viel aufwenden, damit man die Menschen ins mittlere Rohrblick bekommt, so sollte man das sagen. Will man einfach den Kreis direkt hinausfahren, wo ich wohne, dann erlebt man eben, dass die Fahrzeuge möglichst leer sind, nur in den Spitzen gefüllt. Und das kostet natürlich Geld. Und von daher, denke ich, kann man auch sagen, ist es eben auch gut, wenn man in der Stadt wohnt mit einer Universität, mit Verwaltungssitzen und im Grunde genommen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort hin transportiert, dann kann man sich eben über wunderbare, schöne Ausgleichszahlungen einschließlich der Deutschen Bahn am Ende des Jahres freuen. Und die Gebiete, zum Beispiel im nördlichen Rohrgebiet, die wenig Busleistung haben, überhaupt keinen Bahnanschluss für meine Stadt mit 63.000 Einwohner, die zahlen fröhlich sozusagen an die Städte im mittleren Rohrgebiet. Und das ist sicher einer der Konstruktionsfehler, wenn man das so sagen will, für die Probleme im ÖPNV. Aber ich denke, es ist nicht in Ordnung, wenn man sozusagen den Blick insbesondere darauf wirft, sondern deutlich macht, dass es eben dadurch eben strukturelle Nachteile gibt. Und deshalb ist es vor allen Dingen und zuallererst wichtig, dass man dem Antrag der FDP-Fraktion heute beitritt und dass man nochmal deutlich sagt, dass man dafür sorgt, dass die Regionalisierungsmittel entsprechend aufgestockt werden. Das ist sozusagen die Eingangstür dafür, dass wir das überhaupt hinkriegen in den nächsten Jahren. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Letzter Satz. Ohne Moos ist eben nichts los, auch im ÖPNV. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Löcker. Für die Fraktionen bittest du uns zu grünen. Spricht der Herr Kollege Beu. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich glaube, es gibt selten ein Thema, wo der Abriss der Problemstellungen hier doch durchaus sehr umfänglich ist und eigentlich noch weiter ergänzt werden könnte. Es gibt auch noch diverse Problemstellungen, die sich in dem Text der Piraten nicht wiederfinden, wo man aber andererseits nicht daran sagen kann, es gibt zu wenig Materialien, es gibt zu wenig wissenschaftliche Analysen, es gibt zu wenig Vorschläge. Ich glaube, wenn man es so sagen kann, fehlt eigentlich die Umsetzungsmöglichkeit. Eigentlich kann man auch den Landtag kritisieren nach dem Motto, er hat zwar viele Papiere erreicht, aber bisher mangels Geld relativ wenig davon umgesetzt, aber dass man das Ganze jetzt noch mal in einer weiteren Enquete-Kommission, das ist ja nicht irgendwie ein kleines Gutachten, dann erstellen sollte, wo es ja gerade schon Lehre gegeben hat, wo es Bodewig gegeben hat, wo es vor allem aber auch unsere ÖPNV-Zukunftskonferenz gegeben hat, da ist die Frage, ob das nicht wirklich der richtige Ansatz wäre, ob man nicht das Geld, das dafür notwendig wäre, tatsächlich direkt in den ÖPNV gesteckt hätte, statt zusätzliche Papiere zu erstellen. Eine Frage, die ich natürlich auch immer habe, ist natürlich auch der Aufbau, die Organisation des öffentlichen Nahverkehrs, wie wir sie hier haben, wenn man beispielsweise weiß, dass es ja Verbünde gibt, die schon seit Jahren daran arbeiten, Verbundgrenzen überschreitende Fahrkassen zu ermöglichen, was dann aber immer an einigen wenigen tausend Euro scheitert, weil man natürlich selber sich immer der Nächste ist. Das sind auch Fragen, die tatsächlich dann hier gestellt werden müssen. Ich glaube, es ist nicht notwendig, zusätzliche Papiere zu erarbeiten, sondern tatsächlich den ÖPNV im Prinzip zu fördern. Ich finde es dann als Praktiker, der ja selber auch für den öffentlichen Nahverkehr nicht nur täglich benutzt, sondern auch im Prinzip in bestimmten Gremien dort tätig ist, auch Aussagen wie marode 30 Jahre alte Stadtbahnfahrzeuge. Ich würde in meiner Stadt sagen, marode sind die Fahrzeuge, die zehn Jahre alt sind, weil die Qualität auch der Fahrzeuge nachgelassen haben und die 30 Jahre alten Fahrzeuge nochmal für 20 Jahre modernisiert und stark gemacht werden können. Das sind Diskussionen, die man durchaus auch gerne führen kann. Da gibt es auch jede Menge Fachleute dazu. Nur, ob man dafür eine Enquete-Kommission braucht, das kann man gegebenenfalls tatsächlich anzweifeln. Aber wir werden uns der Diskussion natürlich nicht entziehen. Wir werden diese Diskussion auch führen. Wir werden sie auch mit Interesse führen. Aber ob es der richtige Ansatz ist, da kann man wirklich hier und heute seine Zweifel daran haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Beu. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Rehbaum. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Erfinder Gottfried Niebaum hat einmal gesagt, neue Herausforderungen erfordern neue Wege. Der Nahverkehr mit Bus und Bahn in Nordrhein-Westfalen steht heute vor riesigen Herausforderungen. Ich möchte die Rede heute zum Anlass nehmen, ein paar grundsätzliche Feststellungen zu machen. Um diese Herausforderungen des Nahverkehrs zu bewältigen, sind in der Tat neue Wege erforderlich. Wir müssen beim Thema ÖPNV den ländlichen Raum genauso in den Blick nehmen wie die Ballungsräume. Die beiden Räume dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Im ländlichen Raum wird der demografische Wandel besonders spürbar. Schüler machen bis zu 80 Prozent der Fahrgäste im ländlichen Raum aus und tragen damit maßgeblich zur Finanzierung auch des Regel-ÖPNVs bei. In wenigen Jahren werden wir rund 20 Prozent weniger Schüler haben. Die Landschaft der Schulstandorte verändert sich bereits heute massiv und damit die Finanzierung des ganztägigen Fahrplanangebotes. Ziel muss sein, ein attraktives Grundnetz mit Schnellregiobussen und SPNV. Dazu brauchen wir eine Ergänzung durch flexible Systeme mit Kleinfahrzeugen. An dieser Stelle sei aber gesagt, der Taxibus ist kein Ersatz für guten Taktverkehr. Der ÖPNV ist ein Baustein zur Linderung der Bevölkerungsschrumpfung im ländlichen Raum und der Überhitzung der Wohnungsmärkte in den wachsenden Metropolen. Guter Nahverkehr ist eine wichtige Voraussetzung für die Menschen, um im ländlichen Raum wohnen zu bleiben. In Wachstumsregionen muss auch weiterhin die landesfinanzierte Reaktivierung von Schienenstrecken zur effizienten Bewältigung der Pendlerströme möglich sein, wo der Bus als System an seine Grenzen stößt. Ich komme zu den Ballungsräumen. Der Querverbund mit der Energieversorgung entfällt als Finanzierungsquelle, da Überschüsse der Stadtwerke als Energieversorger zumindest derzeit gegen Null gehen. Doch wir haben einen enormen Sanierungsstau in den städtischen ÖPNV-Infrastrukturen. Nach Schätzung des VdV weit über eine Milliarde Euro bei Straßen, U- und Stadtbahnen. Gleichzeitig ist der Rückgang der Bevölkerung in großen Ruhrgebietstätten festzustellen. In einzelnen Städten wird daher schon heute geprüft, ob die vorhandenen Verkehrssysteme noch die richtigen sind, um den Verkehrsanforderungen effizient gerecht zu werden. Gleichzeitig wachsen einige Metropolen, die bereits heute an die Kapazitätsgrenzen ihrer Verkehrswege kommen. Lebenswichtig für den ÖPNV sind daher pfiffige Lösungen für die effiziente Ausnutzung begrenzter Verkehrsmittel und Verkehrswege und die bestmögliche Vernetzung von Bus, Bahn, Auto und Fahrrad. Stichwort hier ist eine intelligente Multimodalität, möglicherweise per Smartphone. Und lebenswichtig ebenfalls die im GroKo-Vertrag festgeschriebenen Grundsätze des Deutschlandtaktes, besonders wenn wir den RAX auf die Schiene setzen und den parallel verlaufenden Fernverkehrslinien und auch bei den angrenzenden Stadtverkehren. Dort müssen wir in einem großen System denken. Das Zusammenspiel von Personennahverkehr und Fernverkehr muss besser werden. Die Schweiz macht es vor. Die Tariflandschaft ist noch immer unübersichtlich. Einfach und verständlich müssen Fahrstandtarife sein, und sie müssen sinnvolle Verkehrsräume abdecken. Rheinland, VRR und Westfalen-Lippe mit jeweils großzügiger Anerkennung von Nahverkehrstarifen aus der Nachbarregion sowie ein NRW-Tarif für die überregionalen, fernverkehrsähnlichen Relationen in Nahverkehrszügen. Stichwort Bezahlbarkeit. Die Anforderungen an guten Nahverkehr sind ähnlich wie diejenigen bei der Energieversorgung. Folgende Kriterien müssen erfüllt werden. Zuverlässigkeit, flächendeckende und leistungsfähige Versorgung in Stadt und Land, wenn sie gebraucht wird, und Bezahlbarkeit für den Fahrgast. Dabei müssen wir uns darüber im Klaren sein, auch die Piraten, die die Enquete-Kommission beantragt haben. Nahverkehr zum Nulltarif kann es nicht geben, weder für die Fahrgäste noch für die öffentliche Hand, denn guter Nahverkehr kostet Geld. Daher müssen wir abwägen, was können wir bezahlen, welche Fahrpreise akzeptiert der Fahrgast, und wie können wir möglichst viel Nahverkehr mit begrenzten Mitteln effizient und flächendeckend auf die Straße und auf die Schiene bringen. Fingerspitzengefühl brauchen auch die Tarifpartner im Nahverkehr. Auf dem schmalen Grad zwischen akut drohendem Fahrpersonalmangel und Finanznöten der Kommunen in NRW auf der anderen Seite. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, einige wichtige Punkte habe ich angesprochen, aber bei Weitem noch nicht alle. Fünf Minuten sind dafür einfach auch zu wenig. Eine Enquete-Kommission dient immer dem Gewinn von Informationen und Erkenntnissen. Diese Erkenntnisse sollen dann der Politik helfen, die anstehenden Aufgaben zu bewältigen. In diesem Sinne freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit in der Enquete-Kommission, möchte aber einen Grundsatz vorab stellen. ÖPNV für lau ist mit der CDU nichts zu machen. Vielen Dank, Herr Kollege Rehbaum. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Rasche. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein bedarfsgerechtes Angebot an SPNV und ÖPNV ist zentral für Nordrhein-Westfalen, sowohl in den Städten als auch im ländlichen Raum. Die Strukturen und Verflechtungen in diesem Bereich sind hochkompliziert, kaum zu durchschauen. Tatsache ist, Nordrhein-Westfalen bekommt im Verhältnis zu den anderen Bundesländern zu wenig Geld. Das müssen wir ändern. Wohin das Geld in Nordrhein-Westfalen, was wir verteilen, denn fließt, ist kaum zu erkennen. Da gibt es zu wenig Transparenz. Mit Blick auf die DBAG, die Sie eben angesprochen haben, brauchen wir einen fairen Wettbewerb. Der ist nicht immer gegeben. Wir haben teilweise völlig überfüllte RE-Züge, gerade im Ruhrgebiet bis nach Düsseldorf. Ich fahre oft mit Kollegin Schneckenburger den RE1. Meistens stehen wir dabei. Wir brauchen ein neues Konzept für die Finanzierung und auch für das Fahren der Busse im ländlichen Raum, so wie es bisher läuft. Über die Finanzierung der Schülerverkehre wird es auf Dauer nicht funktionieren. Die FDP ist dabei, wenn es darum geht, in der Enquetekommission zu beraten, wie es mit dem SPNV und ÖPNV weitergeht. Wir sollten uns, und das empfehle ich, uns auf das Wesentliche konzentrieren, damit wir weder uns noch die Sachverständigen überfordern. Zum Schluss eine kleine Reaktion auf die Rede von Minister Groschek gestern bei den Architekten. Dort sagte er, ein bisschen flapsig und lustig gemeint, beim Architektenfest, bei den Rheinterrassen wären ja mehr Abgeordnete als hier im Hohen Haus. Wenn ich so in die Ministerreihen schaue, lieber Herr Minister Groschek, glaube ich, meinten Sie diese Reihen und nicht unsere. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rasche. Ja, das ist immer schwierig, wenn die Landesregierung die Arbeit von Abgeordneten beurteilt. Ich stelle fest, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir sind am Schluss der Aussprache der Antragstelle der Fraktion der Piraten hat direkte Abschiebung beantragt. Wir kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt des Antrages Drucksache 59 Neudruck. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Damit ist der Antrag Drucksache 59 59 Neudruck angenommen und die Enquetekommission zu Finanzierungsoptionen des öffentlichen Personennahverkehrs in Nordrhein-Westfalen eingesetzt. Ich rufe auf, den Tagesordnungspunkt 6, Antrag der Fraktion...